Hey Leute, willkommen bei VsGym. Wir haben wieder Bock, wieder hier zu trainieren. Ja, das ist schon mal eine Sache, was wir hier gebaut haben. Und wir werden euch ein paar Übungen zeigen mit den selbstgebauten Sachen, die wir gebaut haben. Das erste Video ist in der Videobeschreibung. Ja Leute, und wenn ihr fragt, warum macht ihr das alles? Ich habe einfach Lust, draußen im Wald Sport zu machen und einfach irgendwie zu versuchen, irgendwie trotzdem sich fit zu halten, aber draußen in der Natur, ohne irgendwie im Fitnessstudio zu sein. Deswegen, lasst euch inspirieren, was wir hier so machen. Das finde ich cool. Kommt mit. Hey Leute, wir fangen erst mal an mit Klimtswingen. Let's go, ey. Go, Michael. Go, Michael. Go, Michael. Boah, ich bin wirklich nicht gut dabei. Aber wir schauen, ey. Und los. Aber Leute, vergesst nicht einfach Spaß dabei haben. Quält euch nicht beim Sport machen, weil glaubt mir, das machen wirklich viele, die quälen. Ich muss jetzt jeden Tag 30 schaffen. Und dann, was macht man? Eine Woche und dann macht man erst mal ein Jahr nicht mehr. Deswegen, macht so viel, wie ihr möchtet. Habt Spaß dabei, weil am Ende, wenn ihr Spaß dabei habt, wiederholt sich das, weil das ja Spaß macht. Genau, das sag ich auch immer. Okay, let's go. Eins, zwei, drei, vier. Der geht aber ganz schön weit runter. Ja, Leute, die Muskelnarten kenne ich nicht so gut, aber das ist, glaube ich, der Prizeps, der man trainiert, die Oberarme, Unterarme. Luft, Alter? Hä? Junge, Mann. Alter, das ist ja. Heiliger. Boah, das brennt aber. Okay, Leute. Jetzt einmal mit einer Hand. Ich bin mal gespannt, wie viel ich jetzt hier hinbekomme. Ich hab noch Muskelkater. Ich sag 35. Klar, Mann. Mit Muskelkater. Mach mich stolz. Such dir keine Ausreden. Ein, zwei, drei, vier. 1987. Fünf. 31. Der macht den 31er Move, also. Aber war gut. Ey, hat Spaß gemacht. Stange hält. 24. 25. Ey, komm, gut. Jakules hier. Einen Nachteil hat's, dass Leute im Wald Sports machen, das sind die Z's. Aber ich verlinke mal so das Video, der zeigt, wie man Zecken weghält. Da gibt es Kokosöl, glaube ich, war das, ne? Und so ein Minzöl, glaube ich. Ja, ja, ja. Nicht zu viel verraten, Jürgen. Aber schaltet ein, Leute. Let's go. Okay, komm, komm. Leute, draußen Sport zu machen, ist die geilste Art, fit zu bleiben. Man spart Geld, man hat Sonne, Vitamin D, man hat frische Luft. Einfach nur geil, Leute. Einfach nur geil. Und wenn ich euch motiviert habe, das würde mich freuen. Was macht Brustli mit zwei Händen? Was ist das, mit zwei Fingern? Mit zwei Fingern, ja, stimmt. Mit zwei Fingern. Ja, funktioniert auf jeden Fall. Ich merke gerade, dass unsere Sportanlage mehr für den oberen Bereich ist. Gebrauchen noch was für die Füße und das kommt jetzt, Leute. Jetzt wird's witzig, ey. Hier, dieser Stein hier. Boah, Alter. Das ist auf jeden Fall jetzt für die wilden Oberschenkel und Rücken und was auch alles. Bauch. Okay. 24. 24. Die reichen, ey. Ordentlich. Guck mal, hier, er hier. Guck dich mal die Oberschenkel an. Alter. Mach mal 100 Stück, komm. Let's go. Okay. 38, Mann. Okay, mal guck mal. Selbst gebaut. Oberschenkeltraining. Ah, Oberschenkeltraining. Okay. Man kann auch so machen. Das Geilste ist, das geht richtig schön in den Baden, Leute. Du darfst nicht absetzen. Warum sollte ich nicht? Wie viel wiegt ihr? Wie viel wiegt das überhaupt? Was meint ihr? Boah. 40. Ach, meinst du? Ja. Ich muss mal fassen, Rucksack. Boah, hätte ich aber mehr als ein Rucksack. Stimmt schon. Warte, lasst ein Abo da. Was hast du denn vor, Alter? Ja, Alter, haut dir nicht die Beine ein. Er ist komplett verrückt. Auf jeden Fall lohnt es sich, so eine Sportanlage im Wald zu bauen, Leute. Und das ist schon warm heute. Der Michael. Was, ich bin wieder dran? Ja, du hast noch gerade. Komm, direkt töten. Das ist eigentlich ein Butterfly. Aber zwei im Wald auch. Das war ein bisschen schwierig. Deswegen dachten wir, wir machen jetzt eins. Oh, ein Gewichthebding. Mach mal was, oh, zack. Zwei. Drei. Drei. Es ist gut, dass ich Handschuhe habe. Aber die bringen gar nichts, weil das ist einfach hier der Seil und nicht da irgendwie. Toll. Sechs. Seben. Acht. Jetzt mogelt er. Neun. Zehn. Auf jeden Fall ist es gut für die Schulter, merke ich. Ihr könnt auch so kreisen und so runter. Das ist eigentlich auch geil. Und dann könnt ihr auch hier den, ach, probiert es einfach aus. Es gibt so viele Möglichkeiten, Sport zu machen und fit zu werden. Soll ich nur so ein Ding bauen hier? Ihr könnt auch einfach hier und so. Okay, hinten ist schwieriger, geil. Aber gut, ich glaube, ihr habt genug gesehen, wie ich das gemacht habe. Aber jetzt ist mal Sorte's dran. Let's go. Das fühlt sich wirklich an, als ob das ein Automat ist. So ein Gewicht ist, was so sich hin und her irgendwie mit einer Federung oder so. Kann ich gar nicht beschreiben, ey. Das ist auch ein geiles Ding da oben, was wir da haben, ne? Das ist echt, das bockt. Leute, zusammen Sport macht mehr Spaß. Aber es geht nicht alleine raus und macht Sport. Es geht mit Freunden raus. Es macht Laune, glaubt mir. Am besten mit Verrückten. Mit Verrückten. Also wenn das hier ein Fitnessprofi sieht, tut mir leid. Ihr stolz auf uns, Mann. Es tut mir leid. Ja. Das ist leider nicht schlecht. Könnte noch länger. Wie gefällt Ihnen eigentlich unser Forrest-Jung? Lieber Gast. Ich find's super. Man hat hier verschiedene Möglichkeiten. Obwohl man im Wald ist. Man kann gleichzeitig die Natur genießen. Und da hinten gibt's ein Sonnenfeld. Darf ich Ihnen noch eine Attraktion zeigen? Sicherlich. Oh, das da. Links und rechts ein Arm. Und dann geht's ab. So, das funktioniert so. So nehmen das Ding. Oh, man kann gar nicht reingucken. Schau. Naja, da gibt's auf jeden Fall noch diese hier. Dass man sozusagen in die Hocke geht. Das hier hinter. Und dann rücken gerade. So, diese Übungen können Sie ja mal ausprobieren. Handschuhe haben Sie nicht mit? Nein. Mal Handschuhe mitnehmen im Fox. Aber wie gesagt, Leute, da könnt ihr so viele Übungen einfach so mitmachen. Ihr stärkt ja einfach Muskeln. Das ist ja was ganz Gutes. Und wenn ihr das schön langsam macht, dann habt ihr eine richtig schöne Kontrolle über eure Kraft. Jetzt hier haben wir ein schönes Rohr und man kann so viele Sachen machen. Man kann erst mal das hier machen, man kann auch springen mit dem Ding. Man kann auch langsam nach oben schön wieder runter. Dann trainiert man die hier, die hier. Rudern. Rudern ist auch immer gut, Leute. Ja, Leute, seid kreativ. Weil erziehen ist auch eine Sportart. Es gibt so viele Möglichkeiten. Macht euch schlau. Es gibt Baumklettern. Es gibt so viele Sachen. Bekrampft euch nicht in einer Sportart. Weil das wird irgendwann sehr langweilig. Und, Leute, ich hoffe, dass das Video euch Spaß gemacht hat. Ich möchte einfach euch ein bisschen motivieren mit Sortis und einfach euch mal zeigen, ihr könnt auch 30 Euro sparen und einfach einen Waldsport machen. Habt euch lieb. Ich habe euch auch lieb. Andi, stay flexi. Ja, Mann. Okay. Ja, Mann. Vielen Dank.